Willkommen zurück zu Let's Play Tomb Raider nicht nur Robi und wir machen weiter im zweiten Level aber vorher speicher ich so und dieser Level heißt Schacht Wilkabama meiner Meinung nach hab ich recht Studio Wilkabama heißt sie ein schon etwas knackigerer Level als der Knackig Knackig Knackiger oder? Jawohl Knackiger Ich versuch grad die Steigerung es ist für diese erste Steigerung ist auch so knackig Knackig Knackiger Knackig Also etwas knackiger als der Erste Natürlich so ganz einfach So viel dazu Die fünf sollten fetter Bär sein Er will der Habt das gesehen dass wir sie wissen Hier wird hinten rum gehen Und hinten erwischen Aber nicht mit uns Wieso ist er jetzt gestorben? Ich meine er ist doch hinter uns gelaufen Wir haben ihn nicht mehr getroffen Und da hat er sich dann nämlich nicht zu schlafen So spielt das so realistisch dass die Gegner bluten Das bezweifle ich ja stark Gut man sollte doch nicht sehr nach Realismus suchen in diesem Spiel Der einziges reale hier ist wirklich dass sie einfach nur bei den Todesfallen wirklich dann tot ist Aber ansonsten Meine von was ernähren sich denn die Bären hier von dem Stroh oder Warte ich guck mal kurz rein Vielleicht liegen mir irgendwo ein paar Hähnchenschenkel rum oder so Aber wenn ich nicht glaube dass das den Bären ernähren war aber Nö Nicht so richtig Wir rüber mal ab ins Wasser Wir müssen nicht ins Wasser Das ist optional Aber hier unten verbergen sich zwei nette Secrets und Warum sollte man sie dienen heißen? Sowohl lang Erst hier lang? Genau Erst hier lang Nämlich links Dann hier um die Ecke Müsst ihr nie mehr versteckt sein Ja, wei Schon relativ gut versteckt aber Ist ja von Sekunden Der öffnet diese ziemlich unauffällige Türen Einen anderen Raum zu dem sie hinbegeben haben Ach ja, da fehlt mir auch gerade was an Das war überhaupt nichts mit dieser Schuhnpassage hier zu tun hat Ich hab hier im letzten Video Auch am ersten Den Soundtrack so gelobt Reisen Gelobt Riesen Ja genau Gelobt Riesen von diesem Spiel Hm Funktioniert mir nicht so richtig Das einzige was irgendwie funktioniert im Soundtrack Ist die Hintergrundmusik Diese mysteriöse und die Secret Musik Da bleibt zu hören Aber ansonsten Hm Weiß nicht Wie komisch Gut Wie auch immer Was hier liegt in Assi Wie Schokorie Sind keine Na wohl Die Teile heißen Magnum Knips Das ist halt Eis Aber es sind keine Schokorie Nein, es ist Eis Ja, Lara ist gerne Eis Sieht mir nie auch an, ne? So So Eckig Wie sie ist Ja, am ersten Tut mir das Ziemlich Eckig Die zweiten Dann geht's ja schon Es ist ja auch Vorderbau Eckig Ja, ne? Ja, ne? Wie auch immer Wohl Ne, würde ich nicht Scheiß auf Hier oben ist das zweite Secret das nun Allerdings nicht so gut versteckt Ist in dem man leuchtet sogar die Ecke Hier Ich weiß nicht Ja Hier gibt's nicht Was aus diesem wunderbar Gestalten Hebel In dieser schönen Fratze Er sagt Drück mich Drück mich Oder Störb So Da sind wir beim Bären Der pennt immer noch Bin jetzt gar nicht so schlecht In dem der Wecke Ich auch noch alle Secrets Glaube ich Im vierten der Wecke Ich kenne ich noch 2 Und ich glaube es gibt 3 Nö Secrets sind ja auch nur neben sich So, ihr könnt nur noch Druck Ich hab gedacht Da kommt dir zum Wolfs als Strafe Dass man da runterfällt Anscheinend ja nicht Also geht's einfach weiter Und dieser springst du bitte Danke Und spring noch mal Yay Jetzt kann man das Minipack ran Ohne diesen dämlichen Block da unten Zum Minipack ran schien zu müssen Ja das ist jetzt hier Sieht cooler aus wenn man über die zerbrechlichen Plattformen hinspringt Ja sind halt es auch nicht So und hier ist unsere erste Kiste Kisten sind wirklich super in 2mähler spielen Absolut Sparen viel Zeit Und sind total sinnvoll Und das sinnvoll ist an den Kisten Sehen wir mal Guckt euch mal an die großte Was sagt man die groß Lara Ich sag mal die Kiste ist 2m hoch Ist Lara zwar relativ klein Aber sag mal Ist okay so Finde Frau Also wäre ja die Kiste Ne 2x2x2m So G ist aus massiven Sagen wir mal Es ist Stein Ich bezweifle ja stark Dass sie Irgendein normaler Mensch Außer vielleicht Herkules Das war ja auch mein Gott Diese Kiste schieben könnte Weil Ne Ich bezweifle es einfach Ich höre Batman Wo ist er Batman kommt Der Batmobile Ach ja natürlich Angriff von oben Zimmerweil Ich habe schon mal gesagt Wie schön mal diese 2d Teile ja aussehen Man kann ja Figuren sagen Wir sehen ja 2d Bilder Wir sind immer so angucken Egal wie man sich hin dreht Wunderbar Das ist teigisch So hier ist ein Goldener Vollpfosten Den nehmen wir einfach mal mit Braucht man noch Genau so wie das hier Das Skalate Key Mal einfach nur ein Skelettschlüssel Keine Ahnung Keine Ahnung Weil man macht ihr Schluss erst Knochen Wer macht das nicht Ihr müsst noch mal Batman sagen Sagen mal ist das Robin Und da noch mal Hinter mir Ach da oben Bisschen spät wäre ich so Da hängt eine Kann ich die so abschießen Cool wärs Wenn ich treffen würde Nö geht nicht Sie ist noch nicht aktiv Gleich schon So das Medipack ja licht am Schatten Das Medipack des Zwielichts Würde ich sagen Und Schmiele Angriff der Fledern Ich weiß nicht was die gegen mich haben Ein Hund Äh Wolf Ja Hund Hund Wolf ist auch Ja das ist das gleiche So Diesen Gang hier mit dem wunderschönen Pfingland zusammen Erinnert um ihr Minecraft Aber Egal das Spiel kommt deutlich vor Minecraft Also Minecraft bin dann dieses Spiel hier So Den Silverschlüsse einsetzen Damit sich diese Tür öffnen Die haben ja auch so Fratzen drauf Sag mir hier die Leute mit denen Fratzen So hier müssten jetzt ganz viele Welfies sein Welfies Verrecke bitte Danke Wieso schießt du den da hinten an mit der neben dir noch viel gefährlicher ist Kommt die Fehler aus dahin Noch ein Wolf Wo kommt der denn Surprise Wolf Immer für eine Überraschung gut Hach Dieses Haus Haus was ist aus Der baut sowas Das wird immer besser Was soll jetzt nächstes kommen Aber sollen wir auch nur Sonnenbriller auf oder das Wen ist das Wasser schön klar Also irgendwer sorgt dir dafür das Wasser mal klar bleibt in diesem Tempel Also können wir hier nicht ganz alleine sein Oh Wir müssen ja auch die Putzleute sein Hey Kommt raus Ich weiß dass ihr da seid Ich würde mich abschießen Und dann Jetzt kommt ihr bei mir Oder Das tun sie Zuhause Nichts Die Schöpfung Die 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 Bei Sie Die 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 gedrückt werden möchte ist mit unten in diesen drei eingegen die rechte tür und die kommunizierung okay ich denke ja dann so ihr das schrutt mit munition auch wenn das nicht danach aussieht wie der aus wie kakao mit einem strohhalm drin so wir laufen weiter und hier gut ich wollte mich eigentlich drehen runter zu halten auf mich habe keinen schaden so das medie pack und runter hier wir sind etwas angeschlagen schon von den bären ja gut man müsste hier hochkommen fest halt dich fest komm halt dich fest jetzt halt dich da fest zu gütig eure lordschaft zu gütig also wenn sie nichts leisten konnten aber 50.000 batmans konnten sie sich leisten und hier noch ein nebel und er sollte nun nun schweißen natürlich die mittlere tür öffnen für einer durch die mittlere tür muss er erst hier dahinten in die nebel betätigen denn hier betätigen und dann dann stoppt er eh unterwegs sind denn das war sie alles für dich hat und wir sind wieder hier das war so geschickt hier runterfallen schön mit dem kopf gegen die wand ich meine die frau ein bisschen gescheuert das ist ja wahrscheinlich jedem klar hier speichern wir mal speichern ja wirklich ich speichern wirklich ich kenne mich schon auf genug spiel geladen und ja die teile sind das sozusagen erste todesferde weil die berührung mit dem tötet jetzt nicht sofort aber innerhalb von einer halben sekunde glaube ich also man sollte die teile wirklich nicht anfassen wenn ich frage wer die teile betreiben tut immer diese perpetuum mobilis aber hier muss einmal sein aber nicht mit uns das ist doch so dass ich hier ihren zopf gerade verloren hat an der stelle man muss hier nicht runterfallen man kann ihm ausweichen diesen fall so wie ich es gemacht habe aber besonders sinnvoll ist es nicht und wenn ich kümmern uns gleich wieso aussehen würde ich glaube nicht dass das so cool wäre aber erst mal schon mal hier lagen denn da oben müssen hier wir den wir brauchen aber wir müssen dann auf die andere Seite wie ein Secret das öffnet nämlich die Tür und da haben wir auch schon gesehen aus nämlich die Stelle wo wir den Götzen einsetzen müssen ich nehme an dass der Bär ein Arsch ist und sich unter uns versteckt tut der natürlich oder ne ne ich sehe ihn zwar nicht aber ich habe ihn angeschwägt ach da ist er ja wie tun sie mir ja leid sie haben auch nur hunger das sind jetzt so anders zu fressen so und ich meine sollen sie die Wölfe fressen gehört die schmecken gut da gehört deren fresswölfe ich immer mich hier hoch hier müsste es ein Zykkel geben eigentlich diesen relativ sinnvoll ja gut er ist nicht ganz sinnlos da schaut er direkt die wird nämlich die pendeln und zwar denke ich ist das dafür gut wenn man jetzt diese Götze diese Götze vergessen hat also dass man da gefährlos gefährlos gefahrlos rauskommen kann hier ist ein Sieg und ich glaube hier gibt es relativ stark ab deswegen lässt mich mal vorsichtig runter das hätte schon wehgetan aber fertig tödlich was hier liegt es einfach nur wenn die die aus wie Schokoriegel Uzi Clips und hier da fehlt mir nichts im Vergleich mit Schokosachen beim Magnum ging es noch mit dem heiß Uzi hmm probiert jetzt die neuen Uzi's extra knackig kauft es euch recht zackig so bescheuert scheiße muss auch mal sein man muss immer mal dumm sein dafür kann ich ja im spieß gehen du musst euch laubern in dem spieß gehen das ist gut ausgeglichen finde ich so wo damit öffnen sich auch diese tür und leute das war der zweite level city wie viel kabamba 22 kids wenn ich da nicht das noch nicht gestorben zwölf pick-ups 3 von 30 kürz 5 und 13 minuten und 24 sekunden haben hierfür gebraucht zu drücken erstmal weg nur so machen damit würde ich sagen bis zum nächsten mal schau obwohl ich ich speichere noch mit euch wir sehen uns schau